Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Achi Gaming, heute hier auf dem Clip Channel. Warum auf dem Clip Channel, Freunde? Wir werden heute und zwar uns darum kümmern, wie sieht's mit der 82 Plus 3 Verupgrade SBC. Die SBC ist heute Abend rausgekommen, ganz frisch, ganz neu und das komische an der ganzen Geschichte ist, das ist die alleinige SBC, die rausgekommen ist. Ich hab auf dem Hauptaccount schon ein Video dazu gemacht, werdet ihr unten in der Beschreibung finden, den Link dazu. Ich packe euch nachher auch gerne die Endcard. Jetzt aber erstmal mit der Frage, was ist in diesen 82 Plus 3 Verupgrade Packs eigentlich drin? Das zeige ich euch jetzt. Zusammengeschnitten, wir haben zwei Packs geöffnet, Freunde. Mehr ist auch nicht um die Ecke gekommen. Es ist wirklich die alleinige SBC. Glaubt es mir wirklich, Freunde. Es ist anscheinend ein kleiner, feiner Fail von EA. Ich weiß nicht, was da los ist. Was ist drin in den Packs, das zeige ich euch genau jetzt. Ich werde es jetzt gleich noch ein bisschen ausformulieren und Real Talk mäßig mit euch gemeinsam quatschen. Es ist die erste Woche und nach dem Montag, jetzt haben wir heute den Dienstag, nur eine SBC zu bekommen, weiß ich jetzt nicht. Ja, wir haben gestern schon über die 77 Plus Doppel-Upgrade-SBC gequatscht, wo wir richtig viel seltener abgeben müssen, wo wir uns schon gefragt haben, hm, okay, warum müssen wir so viel seltener abgeben für nur ein Zwei-Spieler-Pack? Was ist da los hier, ey? Ja, gut. Und jetzt kommt die gleiche SBC, die letzte Woche auch gekommen ist. Ein bisschen leicht abgeändert, nicht von den Segmenten her, aber Content-mäßig, dass es so low ist, als wäre gefühlt das Game schon durch, damit habe ich so nicht gerechnet. Jetzt aber zum ersten Pack, 283-fach-Upgrade. Bitte drückt die Daumen, 3, 2, 1 und let's go! Es wird der Walkout. Komm, bitte! Kein Walkout. Es wird ZOM. Es wird... ZOM? Ah! Es wird die nur 83er geratete Leipzig-Karte von Simmons. Warum ist der 83er rated? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Er wird Simmons als 83er und da wissen wir ratingmäßig. Ja, ist da schon mal gar nichts hinter. So, also, wie gesagt, ich habe es jetzt für den Content gemacht, Freunde. Allein, dass wir das Pack jetzt hier gemacht haben auf der Road to Glory. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Freunde. Es dauert für euch nur eine Sekunde. Ich bin daily für euch am Start mit mindestens einem Video pro Tag für FC 25 Content und teilweise auch zwei Videos hier pro Tag auf dem Channel. Wenn ihr also FC 25 Content feiert, Freunde, und mich supporten wollt, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Dauert, wie gesagt, für euch nur eine Sekunde. So, Freunde. Während der Twitch-Chat gerade schon reinschreibt, hatte Rüssow im 28x3er-Pack, hatte Road to the Knockout, fand den Weg drin und so weiter und so fort. Bekommen wir jetzt hier im nächsten 28x3er-Pack. Premier League. Ich habe leider den Rest nicht gesehen. Premier League, England. Wer ist es? City. Ich habe Position nicht gesehen, Friends. Oh, 85er-Stoots. Immerhin ein 85er-Rating to start with. Okay. Und Orban und... Ey, 84, 85, 83. Immerhin ein bisschen was an Rating. Immerhin ein bisschen was an Rating. Da müssen wir zumindest das als Positives sehen. Preislich, glaube ich... Also, wenn man sieht schon, wie Olmo aussieht, können wir die komplett vergessen, ne? Also, das ist ja absolut Lost, Friends. Olmo ist hier... Was haben wir jetzt gesagt? 1, 5. Das ist schon traurig. Das ist dann schon... Also, SPC-Futter. Halten wir mal so fest. Fertig aus. Ende aus. Micky Maus. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst sehr, sehr gerne Liebe da. Nehmt euch kurz die eine kurze Zeit. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neulich habt, dann gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und natürlich gerne einen Kommentar mit... Was hattet ihr in diesem 82%3er-Abget drin? Vielleicht auch letzte Woche drin? Schreibt es rein in die Kommentare. Und falls ihr das Video auf dem Hauptaccount jetzt auch nicht gesehen habt, dann hier, nochmal ein bisschen ausführlicher, gerne das auch einmal abchecken. Und dann sehen wir uns gerne morgen entweder hier auf dem Clips-Channel oder auf dem Hauptaccount wieder. Checkt beides gerne ab, Freunde. Danke fürs Dabeisein. Und damit sehen wir uns gerne morgen wieder. Bis zum nächsten Video. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.